Eisenmangel ist weit verbreitet, vor allem bei Frauen. Schauen wir uns diesen Vitalstoff Eisen etwas genauer an. Eisen ist eigentlich ein Metall. Es ist aber wichtig, vor allem für das Blut. Stell dir mal vor, wir haben circa fünf Liter Blut. Es hängt vom Körpergewicht natürlich ab und im Blut drin hat es diese roten Blutkörperchen. Jetzt stell dir einen Würfelchen vor von einem Millimeter Seitenlänge. Kleines, kleines Würfelchen. Da drin hat es fünf Millionen rote Blutkörperchen. In diesen Blutkörperchen drin gibt es ein Molekül, das heisst Hämoglobin. Und das Zentrum von jedem Hämoglobin, das ist übrigens ein Protein, ein Eiweiss, und in jedem Hämoglobin-Molekül drin sitzt in der Mitte ein Eisenatom. Deswegen ist Eisen so weit verbreitet, in jedem roten Blutkörperchen viele, viele Eisenatome. Der Sinn des Hämoglobins ist der Sauerstofftransport im Körper. Also in der Lunge, wenn wir einatmen, nehmen diese roten Blutkörperchen, das Hämoglobin, ein Sauerstoffatom auf. Es wird in den ganzen Körper verbreitet, überall hin transportiert und der Sauerstoff ist notwendig, damit der Körper Energie herstellen kann. Wenn wir jetzt zu wenig Eisen haben, dann haben wir auch weniger Transportvehikel, rote Blutkörperchen, um Sauerstoff zu transportieren. Also die Folge von Eisenmangel ist chronische Müdigkeit. Bei Eisenmangel braucht es in krassen Fällen eine Eiseninfusion, in den meisten Fällen genügt es aber, ein Eisenpräparat zu sich zu nehmen. Und da empfehle ich dir nicht einfach gewöhnliche Eisenpräparate, die machen häufig Verstopfung, schwarzen Stuhl und werden gar nicht sehr gut aufgenommen. Versuche ein Eisenpräparat zu finden, das pflanzlich gebunden ist oder mikrosomal gebunden. Mikrosomen sind winzige kleine Fettkügelchen, wo das Eisenatom eingebaut ist und so kann der Darm es aufnehmen. Auch die pflanzlich gebundenen werden besser aufgenommen. Aber zum Thema Eisenmangel gibt es ein separates Video, schau dir das einfach an. Des Weiteren haben wir unten im Kommentarbereich weitere Informationen zum Thema Eisen für dich bereitgestellt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020